Musik Herzlich Willkommen liebe Schüler, ich bin Frau Hummel Und ich bin Frau Osterfrau, eure Lehrerin Du bist so doof, wir mögen dich gar nicht, du sollst von dieser Schule gehen Genau Stopp, lasst doch den armen Kähne in Ruhe, er hat euch nichts getan Danke Ihr seid verliebt Stimmt doch gar nicht Du Idiot Aua Frau Osterfrau Was ist denn Kähne? Peter und Ingo mobben Margret Aber sagen sie nicht, dass ihr das von mir habt Okay Das ist total doof, Mobi Hört ihr bitte damit auf damit Das geht an euch, Peter und Ingo Warum habt ihr das gemacht? Ehrlich zu sein, wissen wir das gar nicht Tut uns echt leid Eins, zwei, drei, jetzt komme ich Dürfen wir mitspielen? Ja, klar Dürfen Tag Dürfen Und ich wenn ihr euch als erstes habt Dürfen Vielen Dank.